Die Bundesregierung will die deutschen Emissionsziele deutlich verschärfen. 2030 sollen 65 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden, bis 2040 sollen die Emissionen um 88 Prozent unter dem Stand von 1990 liegen. Das geplante neue Klimaschutzgesetz sieht zudem Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 vor, fünf Jahre eher als bislang geplant. Laut Bundesumweltministerin Svenja Schulze herrscht in der Regierung im Grundsatz Einigkeit über diese Ziele. Der Gesetzentwurf sei so gut wie fertig. Das Klimaschutzgesetz setzt den Rahmen und es ist keine leichte Aufgabe, weil es geht nicht um Mathematik, sondern es geht am Ende darum, wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen. Und dafür wird mit dem Gesetz der Rahmen gesetzt. Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Blick auf künftige Generationen entschieden, dass im deutschen Klimaschutzgesetz ausreichende Vorgaben für die Minderung der CO2-Emissionen ab 2031 fehlen. Bundeskanzlerin Angela Merkel verweist im Gespräch mit niederländischen Schülern auf die Dringlichkeit des Handelns. Und deshalb sind wir heute gerade, komme ich von einer Besprechung, wo wir schneller handeln müssen. Und das wird jetzt aus unserem Grundgesetz abgeleitet, weil man sagt, ihr könnt nicht nur die Freiheit für die heute Lebenden haben, sondern ihr müsst auch an die Freiheit künftiger Generationen denken. Laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz soll die Vorlage für das Klimaschutzgesetz bereits kommende Woche vom Kabinett beschlossen und möglichst in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Zentral sei ein rascherer Ausbau erneuerbarer Energien. Die ganze künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft, so Scholz, hänge an der Verfügbarkeit von mehr erneuerbarem Strom.